Arlois Schwarz setzt auf folgende Handkampfformationen im Tor mit der 35 Marius Gersbeck. Es ist immer wichtig, also jedes Spiel tut einem gut. Für jeden, der gerade nicht aktuell erst mal elf ist. Und deswegen sind solche Tests immer gut, vor allem auch gegen Mannschaften, die eine Qualität mitbringen. Letztes Mal war es gegen Freiburg, jetzt gegen Aarau. Das sind wichtige Spiele und auch da kann man sich gut zeigen. Und weil das Spiel beträcht. Wenn es in der Welt sind, wo der 1.000 Grad flieht, dann wird das Streit und dann wird das dort noch nicht geschehen. Und wie der Buchtansche. Und das ist die Buchtansche. Das ist die Buchtansche. Und es wird das überademische. Oder auch mal von der Buchtansche. Vielen Dank. Ich glaube, es war kein berauschendes Spiel. Auf beiden Seiten ist nicht viel passiert, muss man sagen. Es war nicht viel Tempo drin. Trotzdem haben wir es geschafft, ein Tor zu schießen. Und dann müssen wir es halt auch eigentlich schaffen, über die Zeit zu bringen, kriegen kurz vor Schluss ein Gegentor. Und das ist natürlich am Ende sehr bitter. Ich glaube, das ist nochmal gut, ein bisschen den Kopf frei zu kriegen. Ich hoffe natürlich auf ein, zwei freie Tage. Und dann geht es in die Woche des Derbys. Und dann heißt es am Sonntag drei Punkte zu holen. Ich reise hier in Schöner-Kanal reinsteigen und bereise auch hier ein Freundschaftsspieler auszutragen. Und dann geht es um die Woche des Derbys. Vielen Dank.